Bitte seine Fünf-Sterne-Fahrt. Hey! Uber? Ja. Sei cool, sei nett. Ich bin's du. Schönen guten Tag. Nach Compton. RIPD. Fahr los. Haben Sie eine etwas genauere Adresse? Compton! Schreien Sie mir nicht irgendwelche Stadtviertel ins Ohr so. Funktioniert Uber nicht. Hallo. Hi, Ladies. Guten Tag. Was soll denn das jetzt? Sie haben die Uber Pool Option gewählt. Die Uber was? Ladies. Offizieller Polizeieinsatz. Ist die überhaupt echt? Raus aus der Karre! Los! Los! Offizieller Polizeieinsatz? Echt? Wir fahren zu einem Freund. Nimm die hier. Oh! Sowas fass ich nicht an. Ist eine Babyknarre. Mit der kannst du ballern, während du flänzt. Ist das ein Uber? Ja! Was gibt's das zu lachen? Schluss damit! Gibt's nicht! Das ist ein Leasing! Du hast mich angeschossen! Das war ein Beinschuss. Glückwunsch, Mann. Dein erster Abschuss. Du hast mir Angst und das gefällt mir! Woher kennst du meinen Dad? Ich hab ne Idee. Ich werd die Propanflasche auf sie schmeißen. Du schießt auf und dann explodiert die Karre. Er hat mich gekignappt. Das ist nicht der weiße Hai. Doch! Wie der weiße Hai? Das funktioniert. Bereit? Wir haben ein paar Typen kalt gemacht. Los! Schieß endlich du! Mach ihn fertig! Du sollst schießen! Ich mach das! Hallo Vermittlung! Wir brauchen Hilfe! Jemand will uns killen! Hallo Vermittlung! Wir brauchen Hilfe! Jemand will uns killen! Haha! Geh ab! Okay, okay, okay! Nur im Kino! in ein Vielen Dank.